von mir und ja von meiner klasse auch mit angesehen wie heißt sie meine freundin ja also schulfreundin halt ist nun alexandra zum beispiel schulfreundin kenn ich mach sogar die youtube ja ich mach gerade youtube ok es geht dann schnell 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 hier strampler hier strampler ist cool ich hab den ich habe ja ich habe gerade hunger ich habe hunger gerade essen mit mir gott oder so gar nicht ich möchte so juck essen das sehe ich nicht weil ich habe es ausgestellt dass ich einen größeren bildschirm habe das wird aber dann angezeigt wenn einer zu wenn einer reinkommt wenn ein zuschauer reinkommt also was mal sagen lassen lassen die blockort block 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 der block leute ein spiel soll ich deinen echten namen verraten oder nein ja dann okay ich sage sagen wenn ich den namen ja ich sag mein immer wie heißt du in echt wie ich in echt heiße ja ich heiße in echt leon können die die pamp ja aber ich heiße in echt immer türkischer name ich bin ein muslimer ich bin ein türke ich bin kein arabe ich habe mir ich habe ich habe ich habe ich habe nur rum ich bin nur rumgepackt da drin da drin da drin da drin da drin ich weiß ich habe aber schlechte waffen das war gerade ja sorry leute von heute lasst ein abo und ein like wenn euch der stream gefällt also und ihr könnt auch schreiben ob wir ich gegen leon machen sollen der kleine zwerg leon ich unten zwerg kommen gespielt wir suchen jetzt leute was ist zu laut was ist zu laut was ist zu laut das ist normal eigentlich ja ist egal hallo Hallo? 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 Jemand arabisch? Jemand türke? Jelle lass mal grüßi grüß? Jungs jungsl? Pohropik? Bist du warum? Die reden auch nicht. Ja ok. Kommt doch ruhig. Nee, ich lande hier Ding. Pohropik? Ja. Aber wenn du willst springe ich runter und du beliebst mich. Nein, mach lieber nicht so. Ich hab ne Idee. Hier gibt es einen Weg. Hier ist ein Weg. Cool. Ich hab ne ARK gegönnt. Nimm mal weg, Alter. Ich hab von jemandem sein ARK geklaut. Von unserer Teammate. Wieder ne ARK. Ich geh runter. Ich komme. Ich springe. Reki? Ich bin nur gespektor. Leon? Bei mir ist ein Gegner. Bei mir ist ein Gegner. Bei mir ist ein Gegner. Leon? Leon? Hast du schon die Stufe 4 vom Feuerkönig? Nee. Leon fack mich jetzt nicht ab. Ich hab die Völkönig. Spring jetzt runter. Ich bin noch hier. Zeigen wo sie ist. Ja wow. Bin hier. Ja sag mal. Wo sie ist. Ich? Ja sag mal. Weil dann kann ich nämlich. Ich kann dann das in den Scream zeigen. Und bei mir zu. Hä? Es ist ein bisschen schwer. Weil das ist in Rating Woods in der Nähe. Da müsste ich eigentlich bei uns. Und bei Hundesheim. Hä? Warum? Hä? Wo bist du gelandet, Reki? Bei Rating Woods in der Nähe. Ähm. Bei Rating Woods in der Nähe. Da ist doch ein Berg. Da ist kein Gras. Gell? Jaaa. Und da muss man hin. Nein, Polapi ist auf jeden Fall nicht. Was? Darf ich einfach mit dir spielen. Jaaa. Bist du in unserer Runde drin? Nee. Ey, ich guck grad dein Stream, okay? Ja, okay. Von vielen Minuten, Nala. Lern, wo bist du? Ich bin hier vorne. Junge, ich hab hier Loser-Dance gegeben, kleiner Noob, ey. Ich hab vorne lebende Noob. Du Lelek. Du Lelek. Hättest du null leben, du kleiner Lelek, Alter. Du kleiner Spinn. Ha! Karma. Karma kassiert. Ich mach ihnen jetzt auch neue Dance. Uh. Mach du Loser. Mach du Loser. Ne, mach du Loser. Ich heil ihn. Hast du den Kommentar gesehen? Ja, ich hab's, äh, du hast mir einen geschickt. Junge! Ey, Leon, mich kann man nicht sehen, gell? Ich bin hier funnischbar. Bei mir! Komm her, komm her! Der ist... Hol den! Den holst du! Hol den! Digga, der hat mir Pump, was soll ich? Ja, du holst den! Nein, ich hol ihn nicht, der hat mir Pump! Guck mal jetzt! Könner! Der Typ ist gay, Alter! Der Typ ist einfach nur gay! Du hast keinen Kommentar geschrieben. Rikki hat gesagt, der hat mir einen Kommentar geschrieben, hat er aber nicht. Ja, wir scheinen! Ne, hast du nicht! Ne, hast du nicht! Ne, doch! Ne, doch! Ne, sag ich noch nicht! Ne, sag ich noch nicht! Außerdem ein schwieriges Wort! Sag mal, vielleicht kenn ich dich! Ne, bestimmt nicht! Junge, ich wohne in Philipsburg, halt! Danke, ich schnack! Komm jetzt rein! In den! Man hatte den ja so! Ja! Dann hatte den man ja so! Hä? Ja! Ja! Dann hatte man den ja so! Ja! Und ich habe ihn... Warte! Bruder, bin ich du? Hä, Bruder! Ja! Warte mal! Er will... Junge! Und jetzt hat man nichts noch! Man muss aber den Feuerkönig haben, dass es geht! Wir nutzen halt sein Skin! Ne! Wir gehen in Gruppenkeile dafür! Warte, kommst du ja dann, mach ich mal! Wir sind bereit! Ja, mach ich! Und was ist denn? Wir gehen in Tai. Warte, kommst du ja dann. Warte! Warte, kommst du ja dann! Schengül! Was ist das! Sie sind so! Yuur, ich weiß nicht! Ja, ich bin jetzt! das ist gruppenkeile für den für den eiskönig wo ich habe feuerkönig für den feuerkönig halt mit diesem schlüssel ich habe schon stufe vier es gibt nur stufe 4 1 bis 4 das ist die schlechteste waffe Ich weiß, deswegen ist es die beste Waffe, Achtung, äh, Siegen lassen. Ja, Amr, das ist doch die beste Waffe, du hast da recht. Oder, Amr, die sind so schnell knapp, ob sie hier wird knapp, weil ich schwöre. Oder, du bist einfach... Wallah, ich habe gar keiner Ehr, ja. Wallah, hast du den? Ja. Jella, ich mache hier Feuerwerk. Cool, sieht der aus, gell? Armbrust. Bruttaa, Alarm! Jalla, jalla, Hauptsache, komm, Digga, lass mal Shisha, aber alle solche sind schon da. Der ist spazieren gegangen. Wann soll er mal aufhören, um zerstören zu lassen? Ja, der ist dumm. Ja, moin, Alter. Ja, ich habe Baba Loot. Bruttaa, Alarm! Bruttaa! Ich bin üblich! Aber du denkst, ich habe gar keine AR. Ich habe eine AR. Hast du nicht? Die anderen noch? Ich habe eine richtig coole AR. Ich habe eine schwule AR. Gar keine. Der hat eine coole, ich eine schwule. Aber ich kann in die Zone gehen. Ich benutze das Rift. Ja, ich benutze das Rift. Warte, Mama! Warte, wenn du hier, wenn du bist. Ich gehe riften. No, no, Leo! I'm going to. Geh doch riften. Ja, gehe ich. Und rein da! Und ach, in die Zone! Ich kann nicht die Falle gut, ich geh in Schuppe 4! Leon ist auf eine Blöde Taktik für dich. Ja, ich kann mal. Bruder, Schuppe 4! Ich bin gehatt auf Stufe, wenn ich dich schon hab, keine Ahnung, ich schwöre ich bin dumm. Komm mal, halt hier ist die. Dankeschön, komm. Was ist so ne Farbe? Lass uns die. Relakieren, meint ich. Ich haue mit dem Ballon ab. Und allein, ein Pudding-Gromer, ein Pudding-Gromer, ich verpasst dir gleich eine Faust. Komm, Liga, lass mal den Körper. Schau mal, mein Luft an. Grüne Palm, goldene Revolver-Sniper, lila eine Heavy-Sniper. Sie, goldene Revolver, ich krieg doch keine goldene Revolver. Goldene, der sagt. Äh, er meint Nadir. Das Ding ist doch gar kein Eintel. Grüne AR. Ich hab eine einzige AR. Ich hab nur ne Jacke, wenn ne Arm rutscht, in Schalke gepisst. Ich hab ne AR, ne Schotten, ich hab ne AR, ne grüne Tech, äh blaue Tech, ne Desert, ne Desert. Ich hab immer noch geblieben. Ich hab immer noch geblieben. Hier ist mein Block-Grüne AR. Ich schnüfte dann mal zuhne. Warte. Ich... ...warte. Hier ist doch ne Tech. Hier ist doch ne Tech, du Depp. Hier ist doch ne Tech, du Depp. Ich bin da noch... Tech. Rift da. Kann mir Rift gehen? Ja, Rift. Ja. Heidi Ho. Ich muss aufs Klo. Dann geh du low. Heidi Ho, ich bin low. Wisste. Dann geh doch aufs Klo. Ja, Nummer 4. Ich helfe ein Team-Mate von uns. Ich helfe Team-Mates von uns. Helfe Gegner von uns. Ich helfe Gegner von uns. Ich helfe Gegner von uns. Ich schwöre, was damit in den Taten stehen wird. Ich helfe mit deinem Stumpf. Junge, ich bin einstensiv. Da kann ich nicht mehr dweller. Nein! 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 Hinter uns! Ja, ich gehe jetzt mit dem Flugzeug. Ja, ich komme nicht mit dem Flugzeug. Verpiss dich. Ich schuze mich den Gegner. Hallo? Bum, 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 bum. To die Gegner. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Wer will einsteigen, Nüle, jetzt? Machen Cracker-Potstanders-Klo 11. man kann nicht stark durchfliegen oder ich spiele jetzt die sklavier guck Junge! Tschau! Tschau du Lob! Dann mal leise du kleiner Bub! Ich habe überhaupt nicht... Tschüss! Jelle jelle, hoff das, hallo, dass man uns ist immer, ja, ja... Du könntest hier nicht die goldene Penalste kommen! Ja! Ich hab's! Hab's bekommen! Juhu! Juhu! Du könntest hier gar nicht! Alle meine Laufen schränkt mir hier gar nicht! Was hast du bekommen, Leo? Ich hab den Ding bekommen! Okay? Nee, den, äh... Andere noch? Hängegleiter! Äh, nee, die, äh, den Airdrop! Den Loot-Drop! Ah! Wegen noch! Den Loot-Drop! Der Loot-Drop! Wenn man zum Looten hat und weil's ein Drop ist... Kein Erf-Drop! Ah, das ist schon die Schmerz-Drop! Ja! Ja, es heißt halt auch! Black Thunder! Juhu! Ich komm, ich komm! Ah! 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 Sit up! Ich verbreiing! Oh! Hi! Hi, Leon! Komm her! Juhu! 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 ich brauche keine mp nee ich lasse mp hier gegen was gegen gar nichts das ist ich weiß ich war ich habe ich hab ich hab ich hab Jalla, 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 ob das da? Komm, Digga, los, klar, los, ich hab' alle solche, sieh' schon da, Schaufensplatz. Bruder, ich hab' einen Schlecht, 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 der Elm gerankt, und ich hab' einen Schlecht. Digga, Hinterseite, da ist nicht so, was ist. Fight. Nix, 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 nix. Die wissen nicht, wie den geschieht, die wissen nicht, wie den geschieht. Bruder, los, Kindle, komm. Den mach' ich. Was ist? Der staubt ab, der Loser. Der Loser staubt ab. Der Loser. Und da kommt jetzt meine zu landen. Komm. Wenn er verhaftet. Die holen von auf. Ha. Hey, wo ist der? Ich hör' da, los, der hin. Der ist in Afrika. Hey. Ich hör' hin. Er ist hier. Ich komm' mir dann hier noch ein bisschen. Hier und vier. Zwei Stückchen schwör' lang. Ich hab' jetzt Quatsch. Ich hab' einen Bruder, Händer, hier noch nicht zu mir. Ich hab' noch ein Glück, wer weiß. Ich hab' einen. Achter. Ne. Neuner. Vier. Der stoppte mir ab. Neun. Neun. Ich hab' was für dich. Bin tot. Bin auch tot. Wenn ich mich als Blut füge. Mein, nein, nein. Nein, alle auf mich, ja. Ja, alle auf die. Ja, alle. Die bitte schalten auf die, ja. Nice one. Ist tot. Dieser Lappen. So ein Lappen, Digga. Ich selber ein Lappen, meine Lappen. Nicht du. Ich weiß, aber trotzdem Lappen. Chak, chak, Eri. Ich habe das Leben, Eri. Weil Johan hat chak, chak Leben. Außer dem Unfall, Eri. Guter, ich bin ja nicht. Guter, wer ist das? Der Feuertönig. Ich bin doch auch ein Feuertönig. Oder Lappen. Ey, wie geht's? Obwohl das Zeug. Ja, Lappen. Ja, Lappen. Human. Oh, Lappen. Ne, oh, oh. Ich komme hier. Lappen, ich habe 12 Chips. Ich schwöre, Lappen. Ey, Lappen, ich gebe dir Chak, Chak. Lappen, noch 4, ich gebe dir hier. Ja, ja, episch, Lappen. Episch, Lappen. Mit 12 Kills, Digger. Ja, Lappen. Bruder, wir haben insgesamt 100 Ficken, Schleuder. 112 Kills, Digger. Und das mit 3. Hopp, Digger. Ey, lass mal Kreative, ja, Wallah. Ne, wir machen noch eine Runde Kreative. Äh, noch eine Runde Kreative. Eigentlich würde ich... Digger, keine Kreative. Du, Team, besser. Nein, abstimmen nur. Kreative oder Kreative? Welche Kreative? Ich. Welche Kreative? Ich, wegen der Herausforderungen. Da kann man, glaube ich, richtig gute Herausforderungen machen. 2 gegen 1, ja. Alter. Wart mal. Ich muss schnell etwas machen. Ey, könnt ihr 3 Matches anders machen, weil... Man muss bei der Verlängerung, ähm, 3 Leute in verschiedene Matches beleben. Das können ja ein So, äh, ein Ding noch machen. Und was? Das können ja ein, äh, Ding, so, äh, das können ja ein Team machen. Leon, guck, du bist bist da. Und der andere auch. Der selber. Dann guck mal, ich hab vorher keine Tätigkeit. Du nicht, ach. Und... Hey, jetzt bin ich dran. Ne, ich. Ne, 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 ne. Ne, ich. Ne, ich. Ich hab'n besseren. Kutschi, kutschi, kutschi. Liegt man jetzt bereit. Ah, du hast den Roboter. Okay, hab ich auch. Bin natürlich. Roboter Coffles. Und sing mit. Ja. Leon, du weißt, du bist gerade bei YouTube. Ich weiß. Ja. Ja, juckt mich gerade nicht, wenn ihr nicht aufhört. Was? Euch zu streiten. Äh, wir schätten es gar nicht. Geil, wir sind beste Freunde, ja. Komm, singst du das. Ja, Leon ist ein... Oh, schade. Leon ist das. Leon ist das. Jalla, jalla, hopp zu sein, lass mal ins Schischa-Bahn. Ich geh jetzt irgendwo hin, wohin ich gehen darf. Bruder, da oben ist Stufe 4, was willst du? Wo? Da oben. Wo? Guck doch mal auf Kasse. Oben rechts beim Rating. Entschuldigung. Kann ich gleich gehen mit Flugzeug? Nee, das war meine Stadt. Hallo, meine. Meine. Ich bin immerhin auf der Seilbahn, weil er schon auf der Seilbahn war. Bruder, ich kann auch noch mal. Oh, nein, ich soll echt nicht immer. Oh, nein, 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 nein. Scheine, gelenkt die. Die kommt von. Ich weiß. Ja. Aber erst mal den. Beide. Erst mal den. Bleib stehen. Oh, shit. Bleib stehen. Bleib stehen. Junge, bleib mal bitte stehen. Warum du anderen hast? Ne, nimm mich jetzt ab. Ne, ich hole dich nicht ab. Och, nee. Ansteigen. Nein. Junge. Er will nicht stehen bleiben. Ich muss die Pumpgun. Ich habe die neue Pumpgun mitgenommen, weil ich irgendeine brauche, Leute. Habe ich keine Pumpgun, aber bin ich zerstört. Aber woher gehst du? Ich gehe in die Zone. Geh die doch. Guck. Guck mal, schau mal, wo wir sind. Dann gehen wir höchstig in die Zone, ich schwöre an. Ich brauche mal nicht. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Bis ich eine blaue Tech finde, behalte ich die. Geh mit die blaue Tech, behalte ich. Digga. Hand vom Maul. Leute, ich kann dafür einen Strike bekommen, wenn ihr nicht aufhört. Dann sag's ihm. Sag's ihm. Er möchte doch, nicht dich. Ja, das fliegt doch auch richtig in die Zone. Hier kann man 999 Metzen mitnehmen. Und Stein. Weniger. Spring dich jetzt mal so hin. Okay? Ja. Da musst du hin kurz stehen bleiben, ich schwöre. Ich bleib stehen. Wenn du irgendwann bist, musst du kurz da stehen bleiben. Okay? Ja. Und spring dich wohl hin. Wo soll ich jetzt abspringen? Du musst da vorne kurz Grund haben, nein, nicht. Wieso? Genau, war da. Dann kannst du nämlich Stufe 4 bekommen. Da hast du dann Stufe 4. Geh da hin, was nicht lang ist, oder so. Stand in, stand hoch. Hab ich jetzt Stufe 4? Wenn du da drauf gehst? Ja, ich bin hier drin. Und gleich kommt sowas wie ein Erdbeben. Die müssen angehen. Die müssen angehen. Warum gehen die nicht einfach fast zu Wasser? Muss ich dafür auch Stufe 3 haben? Ja. Ja. Ich hab sie nicht. Bruder, wenn ernst, dann sag mal. Ey, weißt du überhaupt, wo Stufe 3 ist? Nein. Markier mal. Ja, aber dann bekommen wir einen Schaden. Nee, egal. Da. Nein, voll gelogen. Nee, Stufe 3 ist da. Äh, ja, stimmt. Sorry. Gut, ehrlich, wo Stufe 3 und... ... und ich glaub schon. Ja, weiß ich doch nicht. Ja, aber ich weiß nicht, er hat er sagen können. Busch. Junge, ballert doch mit dem Flugzeug. Die Schöner. Bei mir liegt ne neue Shotgun in lila. Ich nehm sie aber nicht mit. Er ist eh kaputt. Bruder, ich hab keine AR. Wie gut, dass ich eine habe. Junge, der geht mir kaputt. Hausaufgaben, mach ich in der Schule. Das ist fucking awesome. Ich bin ein Abschreiber. Hi, Bär. Ich bin ein Abschreiber. Ich bin ein Abschreiber. Hausaufgaben, mach ich in der Schule. Das ist fucking awesome. Bruder, schang 500 mit. Bruder, ich hole mir ne Hamos vor der Rom. Meinst du, ich bin ein Abschreiber? Nein, ich bin ein Abschreiber. Nein, ich bin ein Abschreiber. Junge, wenn du den öffnest, bist du ein Ehrenloser. Ehrenloser. Okay. Willst du ne Minigun? Nein, ich bin ein Abschreiber. Ich bin ein Abschreiber. Ich springe jetzt weg. Ich komme, Leon. Ich komme nur zu dem Mopax. Ich komme. Bruder, Mann. Nicht, ich bin kein Ernst. Leon, ich springe mit dir. Und Leon ist los. Ja, weil es einfach nur ehrenlos ist. Ich weiß. Deine Freundin ist ehrenlos. Willst du ne Minigun, Leon? Nein, ich bin ein Abschreiber. Mal da aus, dass es Minigun dazu kommt, nur, dass du weißt. Ja, ist mir doch beschissen egal. Ich bin nicht beschissen egal. Ich bin ein Abschreiber. Ja, ich bin ein Abschreiber. Warum ständig aus dem Meer? Aus dem Dappen mache ich zu Hause. Das ist Bock im Hulle. Bruder, das wäre los. Also ich habe gar keine AR. It was jetzt auch keine. Ja, voll schön. Hurra! Junge, ich hab keinen Ehm und hab nur ein Kind. Warum hab ich keinen Ehm ab oder was? Und das vernehmt, da geht's. Wo jemand pusht? Das ist ein bisschen gut. Wie konnte der mit festen, ich schwör? Headspace jetzt läuft, gell? Wer? Nun, schaff ja aus. Hast du Smucker von dir? Möde, ja! Dann gibt's wieder mal. Das ist Malcolm Orton. Ich bin der E-E-E. Du bist meiner schöner Kind. Du kleiner Katzenskin. Hast du auch Pumpermon? Äh ja, 57. Bruder, gib ab und Snipermonen bitte. Snipermon hab ich. Okay. Hier kriegst du 21 Pum. Und kriegst du 28 Sniper. weiter. Gutes Namen. Na? Bumm. Voila! Vigola! Was? Da kommt der. Bruder! Äh! Ja! Eine Minigun! Ja! Ich bin tot. Endlich mal ein Kind. Entsich in die ich schwöller. Leon hat wieviele Kill? Sieben, ich hab 4, du hast einen. Ja, ich komm' mal hin. Wenn halt jeder erste Uhr schoen und fett ist. Mein Elm eben so in Afrika ist. Alta! Ein Rückgemerabschreiffer her. Auf der Schreifschreiffläche. Auf mein Lehrer. Wissen Sie er! Als Aufgabe mach ich sich in der Schule. Ich bin hier, äh, du kleiner Biel, äh, Ich bekomme, ich bin hier, ich habe auch die Böcke nicht mit dem Böcke, Zwerg Dynamite schmeißen, ja! Gott sei Dank, das wird gut. Gott sei Dank, er hat halt всем was ich nicht hab. Er ist ein Böcke, ich bin der Böcke, ich bin der Böcke, ich bin der Böcke, ich bin der Böcke. nur du weißt in meiner falle ich gebe dir meinen Arzt Bruder, hat er gerade noch so einen Headshot von mir mit AR bekommen und dann ist er weg Achtung Mein Gott, das ist ja unfair Bruder, was? Oh, das ist... Ich habe... Ich habe einen Losepupp gegeben, aber dann... Aber der ist nicht gestorben, weil der mit meinem Gehirn klaut Nein, dann Ich gebe das an Losepuppe, die Schwimmern Hä? Lass, der Fein sind Alter! Du, I1, Lootp ist ein verschissener Gegner Ich weiß Deswegen mache ich es ja nicht OHHHHH Er kassiert den Headshot Ich habe nur zwei Käse, aber ich glaube, dass ich gleich mal so einen Headshot geschehen mache Scheiße Ich bin der Wo? Achtung meine Kimmel, ich spreche die Mähe! An meinen Arsch! Halt! Scheiße! Wir nehmen einen ewig stark! Oh, mit... Junge, ihr geht noch in einer Schaufe nicht! Ich bin dumm zu meinen... Weiß... Jungen ab, hat das Knie! Aber auch was? Ich bin der Abschreibett, und das ist mein Herr. Ah! Warum drückt jetzt alle Farke? Er fängt ein. Ne... Alter! 钄呢? Hundert Hans Jahn haben wir. Das blockst du dann die ganze Zeit? Viel Glück. Leon! Leon! Lukas ist wieder da? Leon! Ich bin super lach. Leon! Leon! Wie soll ich verlassen? Machst du Flugstuhl die ganze Zeit? Leon! Was? Ich hab der andere verlassen? Tja! Wieso kickst du mich einfach? Hab ich nicht? Hast du wohl? Ich hab verlassen! Wieso? Unfall! Wieso? Wieso? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020